Wir sind jetzt in Mengvi an den Tempelanlagen angekommen und ganz morgen war ein schönes Wettel und jetzt fängt es an. Es ist dann zu regnen. Sorry man. 20.000 Rupien pro Person haben wir bezahlt? Ja. Also ungefähr 2 Dollar Eindruck. Ist ok. Ja. 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 Man sieht, hier ist alles Mais hier, der Maiskörner und hier, das ist auch vermutlich Steine oder sowas, da haben sie hier die Münzen rein als Opferung wahrscheinlich. Man sieht, hier ist alles gut. Danke fürs Einschalten, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch auch bitte. Und wenn ihr uns weiterhin um die Welt folgen wollt und sehen wollt, wie Ramona in der nächsten Folge ihre Ängste überwindet, dann abonniert uns. Ich glaube, abonnieren, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.